So was haben wir denn hier Feines? Gucken wir uns doch mal da ran Surprised Das ist doch so schön heimisch für mich Ich komme ja aus Chile für die die es nicht wissen Oh die habe ich schon auf der Karte gesehen vor einem Livestream Das ist eine DMR Echo Oh nice Alter die sieht schon komisch aus oder? Ich weiß nicht das sieht schon so kitschig aus Aber es gefällt mir auf jeden Fall Dazu gibt es noch ein Messer Nice Und Alter wie geil ist der denn Das ist so richtig episch Schade dass man die Fahrzeuge nicht drehen kann Boah den will ich haben den Skin Der sieht so so Fresh aus Pfff Aber ehrlich ohne Scheiß Boah wie geil ist der denn Boah nice Oh mein Gott ich kann nicht auf hin das anzugucken Ich meine Hin und her die Waffe Die sieht schick aus Aber diesen Skin Den kannst du halt nur auf dieser Waffe tragen Und immer nur mit dieser Waffe spielen wollen würde ich auch nicht unbedingt Obwohl ich DMRs mag Aber diesen Skin kann man immer tragen Das lohnt sich schon Wie teuer ist das 1200 Mh Ah nein nein Machen wir nicht Danke fürs Zuschauen Euer Johannes